Von diesen Typen da vorne krieg ich auch keine Quest. Ey, das ist erbärmlich. Gucken, ob ich die erledigen kann. Okay. Da bin ich ja mal gespannt jetzt, ne? So, verfehlt. Okay. Dann nehme ich jetzt ja, ähm, noch einmal dieses Ding hier. Nein, ich wurde vergiftet. Boah, ich hab... Das Ding hätte mich fast fertig gemacht. Krass. Und ja, ich guck jetzt einfach mal hier. Was zustande der Dinge ist. Hallo, Leute. Was steht denn hier drin? Keine Durchreisen, ausnahmslos. Was? Okay, hallo. Hallo. Wie heißen du? Ah, Gassionswachmann des Rotkammgebirgs. Das ist ein komischer Name. Was ist das denn? Ach, die Wildschweine. Oh, soll ich mal probieren? Level 14 ist ja ganz schön viel, finde ich, ne? Eigentlich... Ich müsste... Es tut mir leid, Leute, aber ich glaube, ich muss zurück. Die... Ja, Level 45, ja klar. Ähm, das ist noch nicht meine Region. Ich muss wahrscheinlich noch zum, äh... Zum Dings fliegen. Kann ich jetzt hier von dem... Von dem Westphal-Camp eigentlich. Ich muss zum... Sag schon, fliegen. Äh... Aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Nicht... Ne, Westphal. Westphal, genau. Westphal. So. Was für ein Level hat der? 22. Ja, ich meine... Oh, 11 Leveln ist ein bisschen wenig. Wagt es nicht, mich anzugreifen. Du greifst mich so oder so an. Hat er nicht! Okay. Dann werde ich jetzt, äh, nach Westphal fliegen. Mir ein paar... Cent, äh... Mich für ein paar Cent erleichtern. Habt ihr was gemerkt? Habt ihr was gemerkt? Hä? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde es euch jetzt verraten. Oh, hier ist irgendwas... Oh, hier ist der Friedhof. Okay. Sorry, ich bin auf euch rumgetrampelt. Äh, nee. Ähm... Meistens sag ich... Mir kommt ein witziger Spruch in den Kopf. Dann sag ich das erste Wort. Und dann überlege ich nochmal ganz schnell nach, wie ich das formulieren möchte. Und dann, äh... Die läuft schon wieder hier lang. Und dann... Mehr Arbeit? Wir müssen doch unser Pensel mal ein Holz schaffen. Also wieder an die Arbeit mit euch. So, ähm... Kann ich denn überhaupt nach Westphal fliegen? Steinbruch? Wo ist das denn? Äh... Eisenschmiede? Nein. Jetzt sag bloß, ich kann nicht nach Westphal fliegen. So nicht. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ist doch kacke. Ne, dann flieh ich erst nach Goldhain und dann geh ich von da aus. Dann flieh ich von Goldhain... Äh, geh von Goldhain aus nach Westphal. Ist doch kacke. Wieso geht das nicht? Aber ich hab mit den Typen in Westphal noch nicht gequatscht. Stimmt's? So, ja, ja. Scheiße. Ist so ein weiter Weg, glaub ich, ne? Ja, wir haben's gerade um 10 Uhr abends. Und ich nehm jetzt grad die Session auf. Weil die Zeit rennt ja wirklich davon. Wir haben heute den... Äh, 27. April. Und am 5.5. läuft das, ähm... Testing ab. Testphase, oder was das war. Das, äh... Das Gute haben, was ich mit dem Spielkauf dazubekommen habe. So. Und bis dahin will ich erstmal aufnehmen. Jede Menge. So, jetzt mal gucken, in welche Richtung ich muss. Ey, was war das? Wie geht's? Ist das ein Pupser oder so? Stormwind da! Da muss ich gar nicht... Okay. Soll ich mal gucken, was ich für ne... Ach, diese... Oh, Eierquest, ne? Ja. Nee. Wow, der Dr... Sorry, Leute. Der Drachen sieht ja geil aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht erspricht. Wo müssen wir dann hin? What come the bagger? Nein. Da, Westphal, in die Richtung. Und... Ich werde, glaube ich, die Quest hier erstmal, äh... Erste Mal, äh... Abbrechen. Oder soll ich die erstmal lassen? Ich glaube, ich lasse die, falls ich ihn ja doch noch finden sollte. Hier ist ein... Ja, mal eben so ein Löwe, der hier einfach mal langläuft. Ohne Grund. Und... Wieso steht da 18? Iiiiih, ich hab vergiftet die Spinnenbeine. Oh, ich lasse laufen. Das ist so langweilig. Also mich sollte jetzt eigentlich kein Wolf mehr angreifen wollen. Ich level... Ich... Ich level... Äh... 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 Oh Gott, was für ein... Es ist unfassbar, wenn ich... kommentiere oder so, denn... Ich spre... Ich denke, schneller als ich sprechen kann. Na, Quatsch, ich spreche schneller als... Ach Gott, vergiss es. Ich fahre mich immer. So, also 29 Minuten haben wir noch. Äh... 26... 27 haben wir es schon fast. Uah! Oh Gott, das dauert ja ewig, ey. Klabber. Ja, Entschuldigung. Wir können noch ein paar Erdnüsse knappen hier. Ah, lalala, lalala. Äh, sie könnte hier... Sie könnte hier... So. So, erstmal ein paar Erdnüsse geholt. Und ich liebe... Also, Erdnüsse aus der Dose ist kacke. Da ist so viel Salz drin. Ich hasse es. So, kann ich hier durchlaufen? Warte mal, ich gehe mal ein bisschen nach rechts. Na, ein bisschen. Ne, ne? Der Wolf hat das Kaninchen getötet. Unfassbar, oder wahr? So, ja, hier. Ich liebe ja... Ne, wo war ich? Die Erdnüsse in der Dose sind scheiße, weil das so viel Salz ist. Genau. Und deswegen hole ich mir jetzt nur noch diese Erdnüsse, die man auch selber schellen muss. Die finde ich... Jetzt muss ich aber aufpassen, wo ich hier laufe. Und... Die schelle ich mir dann immer selber. Das macht auch viel mehr Spaß. Guck mal, hier kann man nicht... Eine Quest! Eine Quest! Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu rennen. Ja, hier war ein Unfall. Hatten wir ja von ein paar... Verfolgen schon? Oder... Ich weiß nicht, ob das eine Aufnahme war. So, erstmal hier... Erdnüsse mit Schale, mit der dünnen Schale. Mh... 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 Halt mal zu. Mh... Ja. Jetzt. Ich habe vollen Dreck auf meinem Schreibtisch, aber... Das läuft. Die Erdnüsse sind sehr... Nährhaft. Und... Mh... Hä? Okay. Okay. Wie? Ich muss wieder zurück? Was ist denn das für eine Kacke? Willst du mich vereiern? Wollte ich schon sagen. In die Richtung. Und in die Richtung. Mach ich doch glatt. Bis dann. Ciao. So. Die sind ja alle schön freundlich hier, ne? Die Arbeiter. Die Obdachlosen. Mir überhaupt nichts zu verbergen. Und da haben wir einen von diesen... Oh. Die sind auch, glaube ich, gefährlich. Und das sind diese Flussdinger. Flussgenulle. So. Mal sehen. Level 9 sollte eigentlich einfach sein. Flussgen. Ist er auch. So. Hier haben wir den nächsten. Läuft der da mit einer Fackel rum? Ja. Ja. Und dann hier einmal die 1. Und dann... noch die 2. Fertig. Kaputt. Äh. Was muss ich denn da? Ein Hinweis der Flussgen... Okay. Ich muss... Irgendein... Na ja. Mal sehen, ne? Mehr Knochen zum Nagen. Hahaha. Kann ich noch nicht... Ich will gleich was erzählen. Aua. Hat er mich etwa in Brand gesetzt? Ja. Unverschämtheit. Setze mich einfach in Brand. Äh. towel.